Moin Moin und Hartlöschel Alter Martin Marcel Alias Bilbo Boitli Ne Bolo der Treckerfahrer Wie ist er denn? Immer noch Billy K Genau Bilbo Alter ich bin nicht ganz wach Wir haben es jetzt Punkt 23 Uhr Das war der Plan Um 23 Uhr stehen wir auf Also irgendwie Wir machen uns jetzt fertig Und dann Wo geht es hin? Nach Hannover Hannover Flughafen Dann habe ich Zwangspause Ich glaube in Portugal fahre ich dann erstmal Oder fährst du? Keine Ahnung Also wir melden uns wieder Wenn wir dann irgendwann In dem Sinne Bis dann Bis dann Bis dann Vielen Dank.